So, wir wollen zum Widerstand. Ach ne, zur Konservenfabrik. Okay. Da muss man ja auch noch hin. Da muss man ja auch noch hin. Da muss man ja auch noch hin. So blöd eine Kanone zu werfen. So, verflucht angeblich. So, verflucht. Was ist das? Was ist das? Das ist ja eine Information, die noch mal gut Geh, Geh, Geh! Ja, jetzt haben wir einen Flammenwerfer, benutzen wir natürlich schon dann gleich mal. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Bestimmt wieder irgendwelche Leute befreien. Das wird vielleicht ein Assessant sein. Bäh! Fünf, geht's! Das ist ein Stern. Geh, Geh! Was ist das? So, ich bin recht still, ich wünsche mir das Wölter hinkommt, so, jo, einfach schauen. Ja, die Flammenwerfer müssen zu spaßen, aber eins muss man sagen, der Flammenwerfer-Effekt ist so schön, bei Retorn-Becase-Wölben stellt wirklich alles. So, was war denn hier hinten noch? Gold. 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 So, weiter geht's. Auf. Der Dabler geht's. Der Dabler geht's. Erinnert schon ein bisschen an den Vorgänger, aber ist auch schon ganz schön anders, muss ich sagen. Auch vom Spielprinzip her ein bisschen realistischer. So, müssen wir jetzt konserven. Scheiße. Also im Granoten-Siezen sind sie wirklich gut. Das ist eigentlich schon seltsames Verkehrsschild. Hm, irgendwas sprengen die hier. So. So, dann tun wir, dass man da nicht schießt. Aua. So, das ist falsch. Was ist das? So, nächstes Mal weiter in die Fabrik. So, weiter geht's.